Heute bin ich mal unerwartet begeistert. Ich habe The Fall Guy im Kino angeschaut. Machen wir nochmal bequem. The Fall Guy basiert locker auf der Serie, die man in Deutschland früher ein bisschen schlecht ein Colt für alle Fälle genannt hatte. Es geht um Colt Severs, den Stuntman, der nebenher auch noch irgendwelche Fälle und andere Problemchen lösen muss. Ich denke, die meisten von uns werden es mal gesehen haben. Ich habe ein paar Folgen gesehen. Ich fand es jetzt damals, als es im Fernsehen lief, weder schlecht noch gut. Es war unterhaltsam. Aber durchgesuchtet habe ich es nicht. Der Film hat mir unerwartet Spaß gemacht, weil ich habe einige Reviews gesehen, die sehr viel bemängelt haben. Und ich muss sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Der Film ist eine Liebeserklärung an das Actionkino der 80er, 90er Jahre und im Besonderen der Stuntperformer. Um was geht es? So ganz grob spoilerfrei. Es ist eine heitere Action-Liebes-Krimi. Komödie ist vielleicht falsch, Romanze, wie auch immer. Der Film nimmt sich nicht komplett ernst. Er hat aber auch keine Deadpool-Momente, wo er eine vierte Wand durchbricht. Sondern die Meta-Ebene ist schon so in sich rekursiv, dass es ein Film ist über einen Stuntman mit einer Stuntcrew, bei dem es eben dann ein Problem gibt, das er lösen muss. Und dann ist noch seine Beziehung mit der Kamerafrau am Anfang Teil von der ganzen Geschichte, was zu sehr amüsanten Verstrickungen führt. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass der Film sehr direkt und handgemacht auch daherkommt. Die Handlung ist sinnvoller, stringenter und interessanter als die einiger der gängigen Blockbuster, Marvel, Disney, Matche, Kinofilme, die in letzter Zeit so en vogue sind, bei denen man schon nicht mehr unterscheiden kann, wie künstlich, auf welche Art der Hintergrund künstlich ist. Er ist immer nur künstlich. Ich habe ihn in, wie heißt jetzt das, ich glaube, bearbeitet für IMAX gesehen, auf dem größten IMAX der Welt. Er ist visuell okay. Er nutzt natürlich die IMAX-Auflösung nicht aus, kann man so dazu sagen, weil er ist ja nicht filmt in IMAX. Das sind immer so die kleinen Spielchen. Aber ich habe jetzt auch keine Beschwerden, weder beim Film noch beim Ton, also weder beim Bild noch beim Ton. Emily Blunt und Ryan Gersling funktionieren ganz gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie die allerbeste Besetzung in der Szene wäre. Ich finde, also in einigen von den Szenen war, ich finde, er kommt da ganz gut weg. In einigen Interviews bekennt er auch, dass er eigentlich Höhenangst hat und dass er eine Szene, wo er dann eine Sonnenbrille aufzieht, dass er das auch gemacht hat mit der Sonnenbrille, weil die gar keinen Sinn gehabt haben, damit man seine angstgeweiteten Augen nicht so sieht. Also ein durch und durch sympathischer Film mit sehr vielen Referenzen auf das Actionkino von damals, die Spaß machen, die man nicht braucht, um den Film unterhaltsam oder witzig zu finden, die auch nicht handlungstragend sind. Wir sind jetzt nicht bei Star Wars oder Star Trek, wo man eigentlich nichts mehr gucken kann oder Marvel, wenn man die ganzen Referenzen nicht zuwarten kann. Nein, es ist nicht. Ich habe garantiert auch sehr viel übersehen. Es ist sehr viel mit dem Soundtrack gemacht worden. Einige Sachen sind da natürlich auch sehr deutlich oder nur so leicht angespielt, so in welche Richtung es gehen könnte. Wenn man die Serie gesehen hat, könnte man sogar fast sagen, dass der Intro-Song ein bisschen beschreibt, was so, ja, diesen Film hier antreibt. Auf jeden Fall sitzen bleiben bis zum Ende, weil der Abspann ist unterhaltsam. Da sind einige Szenen, ja, laufen da durch, wie sie es wirklich gedreht haben. Da sieht man, was sie wirklich gemacht haben. Sie sagen auch in einigen Interviews diesen Canon Roll, also dieses, dass ein Auto sich mehrmals überschlägt, haben sie ein paar Mal gemacht. Sie wollten bei der ganzen Geschichte auch Rekorde brechen, haben sie auch wohl geschafft. Und ja, am Ende des Tages muss ich sagen, ich bin sehr positiv aus dem Film rausgegangen. Es ist typisches Popcorn-Kino. Man hat keine großen Ansprüche, aber es ist auch kein unlogischer Mist oder Mist, der zusammengefrickelt ist, zusammengeschnippelt, weil die Leute das nicht mehr machen können oder wollen. Brian musste einige Szenen wirklich selber machen, weil das ist natürlich der Witz, dass er der Stuntman ist, den man dann auch sieht, der eine Szene gemacht hat. Also bei dieser Stadtszene, ich sage jetzt mal noch keine, die heißt, wir wollten ja spoilerfrei bleiben, hat er gesagt, er war in der Früh so müde, dass er bloß gehofft hat, dass der Tag irgendwie rumgeht, als sie die Szene gedreht haben. Ein richtig schöner Film, der richtig wieder Spaß macht. Und das habe ich schon lange nicht mehr auf diesem Kanal gesagt über einen aktuellen Film. Ich würde mir gleich sogar nochmal angucken, weil ihr kennt ja meine Kategorien. Es gibt Filme, die sagt man, die sind gut. Würde ich anderen teilweise empfehlen, reinzugehen. Würde ich wieder angucken. Und das ist ein Film, der für mich alle drei Kategorien erfüllt. Ich würde mir den jetzt gleich nochmal angucken, weil der läuft so durch. Das ist für mich so der Top Gun Maverick. Nicht natürlich vom technischen Aufwand her. Wobei man sagen muss, und jetzt mal so ganz unter uns Fahrerstöchtern. Eigentlich, in Relation dazu, wie Top Gun Maverick gehypt wurde, aufgrund dieses blöden Motorrad-Stunts, wage ich es jetzt zu sagen, dass The Fall Guy für mich die eindrucksvolleren Stunts hatte. So. Und damit müssen wir jetzt alle leben. Und man könnte natürlich auch sagen, dass sie das wussten. Und dass sie deswegen so kurz eine kleine Tom Cruise-Anspielung irgendwo drin hatten. Mich würde interessieren, ob ihr den Film gucken wollt, ob ihr ihn gucken werdet und wie eure Erfahrungen sind. Und in einem großen Kino, den zu gucken, ist sinnvoll, ob ihr ihn im größten IMAX der Welt gucken müsst. Glaube ich nicht. Aber die Saunanlage sollte schon was hergeben. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns demnächst im Kino. Ist neulich übrigens schon mal passiert. Bis dann. Servus. Bis dann. Vielen Dank.